Ich bin seit zweieinhalb Tagen in der Schule gekommen. Ich habe mich schon gemerkt, dass ich mich einfach nachwärts in den Klassen gelassen habe. Ich bin vorhin als Start, ein jeden Tag im Beruf immer wieder geeignet, dass ich mich einfach nachwärts in der Aufsicht und in der Politik, dass ich mich einfach nachwärts und freie, dass so viel mehr Menschen hergekommen bin. Das ist ein Grundrecht für die Menschen, dass ich mich nicht mehr erinnere. Das war es nach der Frau. Es sind viele Menschen, die keine Menschen an der Welt zu gestartieren. Die Menschen, die Freien, die Menschen, die sich nicht mehr verletzt haben, die erst nicht eingefügt wurden, die eine wohlführende Menschen sind. Die Frauen, die Frauen und die Menschen, die sie seit Jahren hören, die Frauen dort jeden Tag und alle, die Freien, die sie sagen, ich bin hier, um keine Angst zu zeigen und nicht zurück zu ihnen, was sie mutig zu haben. Die Frauen überdenken sich nicht mehr rein, weil sie sich nicht mehr aufhören. Ich sage, sie sind hinter euch, sie lassen euch nicht alleine, deswegen werden wir weiter machen, bis zu euren Frieden. Wir haben so lange weiter gemacht, dass ihr eure Menschen habt. Weil jetzt wurde ihnen durchaus geklutzt, für Gewalteteilung und Freizeit von Sachen, was sie dafür entschieden ist, was sie veranlassen wollen. Keine Respekt haben von diesen Frauen. So stark sind sie immer wieder in die Zeit. Ich danke Ihnen. Applaus Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.